Klaus Ernst ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja nun eben einen Auftritt unseres Wirtschaftsministers erlebt, von dem ich den Eindruck habe, das ein oder andere, was er uns hier mitgeteilt hat, ich sage es mir ganz vorsichtig, ist zumindest nicht bis zu Ende gedacht, Herr Brüderle. Wenn Sie feststellen, wir sind in Deutschland gut aufgestellt und gleichzeitig aber Ihre Prognose über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die Sie noch vor kurzem auf 2 Prozent Wachstum prognostiziert haben, jetzt reduzieren und sagen, wir sind gut aufgestellt. Ja, wann sind wir dann eigentlich in diesem Land tatsächlich in einem Problem? Sie müssen Ihre Prognosen nach unten korrigieren, unter anderem auch deshalb, weil Sie merken, dass Ihre ökonomischen Vorstellungen nicht aufgehen. Wir haben das Problem, und da bleiben Sie jede Antwort schuldig, dass Sie uns keine Analyse dieser Krise gegeben haben, sondern im Gegenteil, Sie sagen dann so richtungsweisende Sätze, nur wenn wir Innovation als Chance begreifen, Innovation, ein Deutschland, eine Chance. Nachts ist es dunkler wie draußen, Herr Brüderle. Also da kann ich nur sagen, das bringt uns doch nicht weiter. Ihre Analyse fehlt, und ich sage Ihnen, was bei Ihrer Analyse fehlt. Es fehlt, dass Sie feststellen, dass eine Ursache dieser Krise in der Bundesrepublik darin bestanden hat in der letzten Zeit, dass die Verteilung des Volkseinkommens nicht mehr stimmt, wenn die Arbeitnehmer keinen Zuwachs mehr haben, wenn es letztendlich nur noch die Unternehmer sind, die ihr Geld aus Einkommen, aus Unternehmertätigkeit und Vermögen beziehen, die einen Zuwachs der wirtschaftlichen Tätigkeit zu verzeichnen haben, aber der normale Mensch eher mit Reallohnsenkung zu rechnen hat, und das über Jahre hin in der Bundesrepublik Deutschland, dann ist klar, dass eine Ökonomie nicht mehr funktioniert. Dann haben Sie die Analyse, oder dann ist Ihre Idee, dann machen wir das weiter wie bisher. Ich kann nicht akzeptieren, Herr Brüderle, dass Sie sagen, es wird weiter so sein wie bisher, mehr Flexibilisierung, mehr offene Märkte. Nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, dass die Deregulierung der Finanzmärkte mit Ursache ist für diese Krise. Da haben Sie keine Antwort, nicht eine einzige. Und es war auch die Deregulierung der Arbeitsmärkte, Frau von der Leyen, wo ich momentan auch nicht sehe, wie Sie da einen anderen Weg einsteuern wollen als ansteuern wollen wie bisher. Wenn wir die Deregulierung der Arbeitsmärkte ebenfalls wie die Deregulierung der Finanzmärkte fortschreiben, wenn wir nichts dagegen tun, dass wir billigere Löhne haben in dem Land durch Leiharbeit, durch Befristung, wenn Sie sich weigern, einen Mindestlohn einzuführen, dann ist logischerweise, dass die Kaufkraft in diesem Lande nicht das Niveau erreicht, um vernünftiges Wachstum zu erreichen. Das ist die Wahrheit. Und da unternehmen Sie nichts, Frau von der Leyen. Und auch Sie, Herr Brüderle, nichts. Und deshalb sage ich Ihnen, Sie haben auch nichts dagegen unternommen, bisher, dass weiterhin ein großer Teil dessen, was in dieser Wirtschaft erzeugt wird und an Wirtschaftsleistung erbracht wird, letztendlich bei den Finanzmärkten landen. Die Banken zocken. Insofern haben Sie recht, wenn Sie sagen, wir sind gut aufgestellt. Die Banken sind wahrlich gut aufgestellt. Und Herr Ackermann macht wieder seine Profite. Aber ich sage Ihnen, wenn wir da nichts gegensteuern, beachten Sie eine Grundregel der Ökonomie überhaupt nicht. Und das ist die VNKN-Regel, Herr Brüderle. Von nichts kommt nichts. Und wenn man das Geld in die Finanzwelt abwandern lässt, wenn man nichts dagegen tut, dass die Banken Kredite billigst aufnehmen, aber gleichzeitig einem normalen Menschen 12 oder 13 Prozent Zinsen abverlangen, wenn er sein Konto überzogen hat, wenn Sie nichts dagegen tun, dass die Mittelständler betteln müssen bei den Banken, um einen Kredit zu bekommen, und Sie kriegen ihn trotzdem nicht, weil man an den Finanzmärkten mehr verdient, als wenn man den Kredit dem Mittelstand gibt, dann werden Sie Ihrer Aufgabe als Wirtschaftsminister überhaupt nicht gerecht, Herr Brüderle. Das ist die Wahrheit. So, und jetzt sage ich Ihnen, was eigentlich notwendig wäre, dass wir das ändern. Ja, wir brauchen eine Stärkung der Binnennachfrage. Und diese Stärkung der Binnennachfrage erreichen wir nur dadurch, dass wir tatsächlich das Erfolgsmodell Deutschland, das wir mal hatten, zumindest in Gedanken wieder uns vor Augen führen, worin bestand denn das? Leistung muss sich lohnen. Wir hatten selbstverständlich so etwas wie, dass Produkte aus Deutschland ganz besonders gefragt werden, wo war die Ursache? Wenn jemand bei uns in der Bundesrepublik mehr Geld verdienen wollte, wenn er innovativ sein wollte als Unternehmen, dann musste er sich etwas einfallen lassen. Dann musste er darüber nachdenken, welche neuen Produkte das er einführt, welche neuen Verfahren das er möglicherweise praktiziert. Weil eins nicht ging, dass man einfach die Löhne nach unten drückt oder die Arbeitszeit verlängert, weil diese Dinge geregelt waren. Wenn Sie das vernachlässigen, heißt es in der Konsequenz, wir brauchen immer erfolgreiche Innovationen machen. Es ist gar nicht notwendig, dass wir uns über neue Verfahren Gedanken machen, weil ein Unternehmen einfach die Löhne nach unten senken kann oder weil er letztendlich die Arbeitszeiten verlängern kann. Unser Modell Deutschland hängt damit zusammen, dass wir geregelte Arbeitsbeziehungen hatten, wo es nicht möglich war, einfach mehr Geld zu verdienen, indem man die Leute mehr quält. Und das haben Sie verlassen, meine Damen und Herren, indem Sie keinen Mindestlohn regeln. Das haben Sie verlassen, indem Sie zum Beispiel die Gewerkschaften massiv geschwächt haben, indem nach wie vor ein Streikrecht, ein vernünftiges, noch nicht auf der Tagesordnung stehen. Und das haben Sie auch dadurch verlassen, meine Damen und Herren, dass Sie letztendlich flexible Arbeitsmärkte, wie zum Beispiel die Frage von Leiharbeit, wie zum Beispiel die Frage von Befristungen und Ähnliches, nicht vernünftig regeln. Und deshalb sage ich Ihnen, wenn Sie das nicht tun, dann bereiten wir jetzt die nächste Krise vor. Wenn Sie sich weigern, Regelungen zu treffen, dass das Geld in die Realwirtschaft fließt und nicht in die Finanzmärkte abwandert, bereiten Sie die nächste Krise vor. Es kann ja sein, Herr Brüderle, dass Sie Ihre Brüderles in den Banken und Ihre Brüderles möglicherweise bei den Hoteliers damit gut bedenken. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist nicht akzeptabel, wenn Sie sich hier kurz vor einer Wahl in Nordrhein-Westfalen hinstellen und Steuergeschenke verteilen, letztendlich eine neue Rechenart einführen, weil es nicht möglich ist, bei sinkenden Einnahmen mehr Geld auszugeben, dann sagen Sie den Bürgern dieser Republik, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit werden Sie präsentieren müssen, zumindest dann, wenn der Finanzminister wieder da ist. Der wird Ihnen nämlich vorrechnen, dass man auch Geld nur dann ausgeben kann, wenn man es hat. Der ist nämlich Schwabe, Herr Brüderle, und nicht aus der Pfalz. Und deshalb, und damit komme ich zum Schluss, ich finde es absolut unakzeptabel, dass, wenn wir hier Vorschläge machen, permanent die Rede davon ist, wir würden Luftnummern verbreiten, die Linke kann nicht rechnen. Herr Brüderle, das, was Sie hier vorgelegt haben, ist nichts anderes als Luftnummer. Und ich kann Ihnen sagen, die Bürger werden das merken. Deshalb sind Sie auch bei den Umfragen im Keller. Ich danke fürs Zuhören. Applaus